Wir sind heute hier in der Kabine von UNC. Ja, wie ihr schon sagt, das ist die beste Facility, die ich jetzt hier gesehen habe für Fußball. Hallo Tim, wie geht es dir? Hervorragend. Das ist schön zu hören. Wenn man das hier so sieht, dann kann man nur Glückwunsch sagen. Wir haben uns gerade die Einrichtung angeschaut. Erster Gedanke war Champions League. Weltklasse, wirklich unglaublich. Das Einzige, was man wirklich vergleichen kann, ist andere Sportarten wie Basketball und Fußball. Basketball ist ein gutes Stichwort hier. Ja. Michael Jordan hat hier gespielt. Der beste Basketball aller Zeiten. Spieler wollen nicht herkommen, einfach wegen der Historie, die hier drin ist. Also wir sind hier vorhin auch durch die heiligen Hallen gelaufen. Es ist nicht nur Ländervußball und Basketball, wo hier große Leute rauskommen. Frauenfußball, Mia Hamm. Ich glaube auch in allen anderen Sportarten werden hier regelmäßig Riesensportler rausgebracht. Also die Historie, wenn man hier durchläuft, die kann man regelrecht spüren. Mit dem 5. Pick des 2. Rounds des 2018 MLS Superdraft. Toronto FC select. Von der Universität Louisville. Defender Tim Kubel. Ich wurde getraftet letztes Jahr aus Lulge, wo ich studiert habe, nach Toronto. Kleinere Verletzungen, die ein bisschen zurückgeworfen haben. Ich habe dann mich entschieden, ich will ein bisschen was Nebenfuße machen, weil das hat mich auch in Deutschland schon nicht komplett erfüllt. Und habe mich dann quasi mit Schulen in Verbindung gesetzt. Und UNC war mit Abstand der beste Fit. Ich mache jetzt hier meinen Master in Sportadministration, wo ausgelegt ist für die NCAA. Und ja, bin jetzt hier Graduate Assistant Coach. Für mich ist es einfach ein erster Schritt im Trainerbereich. Ich meine, arg viel besser kann es nicht werden als hier. Aber allein die Erfahrungen, die ich hier sammeln kann, sind so wertvoll. Die werden, egal wo ich sein werde, überall weiterhelfen. Also wir waren wirklich alle, auch die da hinter der Kamera stehen, alle sehr, sehr, alle wirklich sehr, sehr beeindruckt.